Bist du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen, okay? Ich klär das für uns, aber wir dürfen uns nicht mit denen anlegen. Auf keinen Fall, okay? Ich hab die weggeboxt. Wen hast du weggeboxt? Alle. Alle? Alle! Ich muss in 50 Minuten bei Leonie sein. Alter, kannst du Mina nicht einfach erklären, dass ich... Und ihr was sagen? Dass ich einen Ausrast hab und Leute zusammengeschlagen hab, das hilft mir nicht beim Sorgerecht. Paul, verpiss dich von da, diese Leute sind gefährlich. Okay, Okta, warte mal.